Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Erlebt. Der heutige Titel heißt Geduld ist notwendig. Vielleicht nicht immer einfach, aber notwendig. Und was das bedeutet, darum soll es heute gehen. Geduld ist notwendig. Sie kann eine Not wenden. Auch wenn man vielleicht bis zu dem Zeitpunkt, wo die Not gewendet wird, eben viel Geduld braucht, um da hinzukommen. Weil nicht immer geht das so instantmäßig. Ich habe euch einen Text mitgebracht aus dem Hebräerbrief Kapitel 10, die Verse 36 und 37. Da heißt es, was ihr jetzt braucht ist Geduld. Tut, was Gott will. Dann werdet ihr erhalten, was er versprochen hat. Nur noch eine kurze, ganz kurze Zeit. Dann wird der auftreten, der kommen soll und er wird nicht auf sich warten lassen. Das aus der Basisbibel, die ich sehr empfehlen kann, weil sie in kurzen Sätzen alles Wesentliche auf den Punkt bringt. Also auch für ungeduldige Bibelleser genau richtig kurze Sätze. Was er jetzt braucht, ist Geduld, sagt der Text. Geduld ist notwendig. Jetzt mehr denn je vielleicht auch. Wir brauchen Geduld. Wir brauchen Ausdauer. Wir müssen noch ein bisschen ausharren. Nicht nur in der aktuellen Situation, sondern grundsätzlich gibt es im Leben immer wieder mal Zeiten, in denen wir einfach geduldig sein müssen. Und da kann man auch nichts abkürzen. Wir brauchen auch eine Geduld für das, wie hier im Text, für das, was Gott tun will. Hat was mit Vertrauen, was mit Glauben zu tun. Ich vertraue Gott, dass er das, was er tun will, auch tun wird. Aber er tut es natürlich nicht zu meiner Zeit, sondern zu seiner Zeit. Ja, da muss ich eben geduldig bleiben und auf ihn sehen und auf ihn hoffen und von ihm erwarten, dass er die Dinge tut. Auch hier ist, wie beim letzten Podcast, Geduld kann man befehlen. In Jakobus 5, Vers 8, auch hier das Kommen des Herrn im Blick. Noch eine kurze Zeit, dann wird der auftreten, der kommen soll. Auch hier wieder die Perspektive, die damals der Jünger sehr ermutigt hat. Hey, bald kommt Jesus wieder und dann seid ihr aus eurer Trübsal befreit. Dann ist, das hat das Leiden ein Ende. Dann müsst ihr auch keine Geduld mehr haben. Aber bis dahin braucht ihr eben noch Geduld. Nun hat Gott offensichtlich eine andere Zeitrechnung als wir. Sonst hätten wir nicht 2000 Jahre später noch eigentlich den gleichen Text und sagen, ja, das Kommen des Herrn ist wohl nahe. Wie nahe, weiß keiner. Und noch dauert es leider an. Zwei Beispiele für euch zur Frage, wie notwendig Geduld ist und was an Geduld oder auch einem geduldigen Lebensstil, sage ich mal, an einem ausdauernden Lebensstil, ja, was daran auch positiv sein kann. Ja, für all diejenigen, die vielleicht von Ungeduld geplagt sind. Es hat Benefits, wenn du geduldig wirst oder geduldig bist. Da gibt es zum Beispiel diesen alten Satz, true love waits. Ja, weiß nicht, ob ihr ihn schon mal gehört habt. War vor 20 Jahren mal in oder 30, keine Ahnung. Also als ich jung war, spielte das eine Rolle. True love waits. Also das hieß, wenn wahre Liebe wartet, ja, wenn du also merkst, okay, ich bin auf der Suche nach einem Partner, einer Partnerin fürs Leben, dann war diese true love waits Geschichte so, dass man sagt, okay, dann warte doch, bis du den richtigen Partner findest, ja. Versuch da nicht irgendwie eine Abkürzung. Und warte auch, ja, ist auch eine Frage, warte auch mit, ja, allzu vielen tiefen, intimen Kontakten, weil willst du die teilen dein Leben lang mit anderen? Oder wie sieht das aus? True love waits heißt, du wartest auf das, was noch kommt und zeigst darin auch Geduld, legst Geduld an den Tag. Im Sinne, ich mache etwas Kostbares dadurch eigentlich nur noch kostbarer, dass ich auch warten kann. Ich habe mir neulich zum Beispiel was bestellt für unser Haus. Wir haben ein Haus gebaut und da war klar, das wird Wochen dauern, bis dieser Artikel dann entsprechend maßgerecht produziert wurde und geliefert und dann auch eingebaut werden kann. Und wer weiß, wie ausgebucht gerade Handwerker sind, weiß auch, dass das sich auch gern nochmal eine Woche, zwei, drei, vier verzögern kann. Ja, kann ich jetzt auch nicht kürzer machen, muss ich einfach Geduld haben und abwarten. Es gibt Dinge, die kann ich nicht abkürzen, da muss ich eben durch. Oder ein anderes Beispiel, wenn man fastet, vielleicht hast du schon mal gefastet, also Fasten, mit Fasten meine ich jetzt nicht Fernsehfasten, Netflixfasten oder, keine Ahnung, Kreuzfahrtenfasten, sondern ich meine ganz konkret auf feste Nahrung verzichten. Wenn man fastet, dann gibt es so den Moment, wo man merkt, okay, jetzt geht es mir gut damit. Und gleichzeitig weißt du aber auch, ich habe mir ja vorher festgenommen, dass ich, was ich, einen Tag oder drei Tage oder eine Woche nicht essen will. Und du weißt, okay, ich brauche noch Geduld, um da hinzukommen, an den Punkt, wo ich dann wieder essen kann. Ist nicht immer so einfach. Und dann muss man einfach dranbleiben und sagen, okay, ja, der Moment wird kommen, wo ich wieder fasten darf. Und plötzlich wird dieser Apfel, den du dann isst, ja, der wird riesig, ja, und sieht saftig aus. Du sagst, boah, da freue ich mich drauf. Und wenn du das durchhältst und dann wieder langsam im Essen einsteigst, das ist eine richtig tolle Erfahrung. Und dann diesen Apfel zu essen, der schmeckt wie eine Geschmacksexplosion. Wunder, wunderbar. Und die Geduld, ja, auszuharren, die Ausdauer, die du bewiesen hast, jetzt auch in dieser Fastenzeit, die du dir gegeben hast, die wird dann umso süßer und reichlicher belohnt. Das ist so ein bisschen die Idee. Manchmal braucht man Geduld, um dran zu bleiben. Und es ist eigentlich eine gute Tugend, wenn du jemand bist, der geduldig ist, der auch Geduld mit sich selbst und idealerweise auch mit anderen hat. Das ist eigentlich schön, wenn jemand geduldig auch mit anderen sein kann. Ich meine jetzt nicht phlegmatisch, dann im Motto, mir ist egal, wann was passiert, juckt mich nicht so ungefähr. Nee, ich meine geduldig. Also einfach auch warten können auf irgendein Ereignis. Und wenn es sich dann noch rausverzögert oder noch länger dauert, dann ist das eben so. Aber es ist nicht das Schlimmste, was passieren kann. Von daher wünsche ich euch, wünsche ich dir, dass ihr diese Notwendigkeit der Geduld vor euer Leben ergreifen könnt und sagt, ja, ich möchte auch lernen, geduldiger zu werden. Ich habe jetzt ein paar Podcasts zu dem Thema gemacht, könnt ihr auch nochmal alle nachhören, wenn ihr wollt. Geduld kann wachsen, Geduld kann man befehlen und eben diesen hier, Geduld ist notwendig. Ich wünsche euch viel Erfolg auf dieser Reise der Geduld, in der der Heilige Geist, Gott selbst euch auch diese Frucht des Geistes, der Geduld in euch hervorbringen und wachsen lassen kann. Das ist das Spannende dabei. Wir sind auf dieser Reise nicht alleine. Und somit verabschiede ich mich. Wenn es euch gefällt, lasst ein Like da, abonniert unseren Kanal und seid gerne wieder dabei. Bis bald. Tschüss.